Eine neuwertige 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Krefeld, Krakau. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 475 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020